guten morgen liebe youtuber so 26 2022 uhrzeit ist jetzt gerade aktuell 10 uhr 19 von südwesten flackerts hoch richtung norden und jetzt ist meine radarbild stehen geblieben an jetzt geht wir jetzt geht es ja man da denn so ein bisschen hier nebel noch mit dabei und ich wünsche euch einen schönen tag so im osten ist noch nichts gesagt westen sollten ordentlich regnen auch morgen früh im westen aufpassen so macht's gut ne ich zum nächsten mal